Heute haben wir den 06.08.2011. Unser D-Wurf hat heute das erste Mal den Garten kennengelernt. Hier haben wir Dexter. Dexter ist allerdings bereits vergeben. Das ist die Mama. Da haben wir Dakota. Dakota ist noch zu haben. Hier haben wir den Denny. Auch Denny ist noch zu haben. Und hier haben wir Dandy. Dandy ist ebenfalls noch zu haben. Dandy ist noch zu haben. Dakota? Ja komm, süßer. Was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Ja, was ist denn? Das ist Dakota. Was ist denn hier los? Ja.